Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,3 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, ich habe lange überlegt, ob ein neuer Akku für meinen mittlerweile 25 Jahre alten Schrauber noch lohnt. Bin mit dem Kauf nicht enttäuscht worden. Der Akkuschrauber B2 mit Nik 2500 x 7,2 hat wieder ordentlich. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.